Scheinbar muss er auch direkt vor ihm stehen dann. Na okay, ich bin dann mal eine Rakete holen, ne? Wo waren die denn? Ganz oben. Ich nehm schon mal den Raketelöffer auf. Quack, 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 ich will nicht. Aber hier sind nur noch, vier Raketen sind nur noch da, ne? Ja, da müssen wir uns halt, äh, bereit halten. Nicht gut, nicht gut. Äh, bereit? Ja, da stand bereit halten, dass ich anscheinend direkt so eine Rakete einlage. Kannst du mir das Ding zuwerfen? Zuwerfen? Von oben, ja klar. Ich geh jetzt einfach mal auf bereit halten. Geh her. Wo ist er? Wesker, komm her. Aua, er steht direkt vor mir. Hilf mir. Jetzt lenk ihn ab, bitte. Bitte in die Richtung. Genau, genau. Wo ist er? Äh, neben dir. Er hat keine Brille mehr. Jetzt hin, 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 hin. Warte, lass mich. Ja, ich hab Pat ziehen. Ja, hin. Jetzt hin. F drücken. F. Bitch. Ja, was hältst du davon, ne? Ist er jetzt tot? Gut. Oh, der Armour. Oh, dass er eine Rakete aufhalten kann ist irgendwie cool. Oh, ich glaub er ist ein bisschen. Aber vielleicht kann er jetzt nicht mehr so gut ausweichen. Naja, ist das noch nicht? Wow. Schau mal. Get away. Hurry. Gut geschlossen, Weiler Sherlock. Das ist nämlich mein Flugzeug, ne? Und, schaffen wir's? Nein. Game over. Quick time? Wirklich. Bin ich jetzt Solo? Weil du schaffst es nicht. Ich hab mich an der Fall... Oh, nein. Tschüss. Run, bitch. Run. Geht auch mitmachen. Gut. Schön gemacht. Ich hätt's auch alleine gemacht. Oh, nein. Haben wir Raketenwerfer wenigstens mitgenommen? Ich glaub da könnten wir nicht so schnell rennen. Ich glaub nicht, dass wir ihn dabei haben. Vor allem würden wir uns selber abschießen. Oh, das sieht eigentlich ganz groß aus. Interessant. Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Ich habe Ouroboros. Was ist das? In weniger als 5 Minuten, wird es die optimalen Ausstattung von dem Fallen. BORAHMORAS BORAHMORAS WILL BE RELEASED INTO THE ATMOSPHERE INSURING COMPLETE GLOBAL SATURATION EFF Das war nix Ende Ich war auch nicht so ganz vorbereitet Hände vom Sack weg Hahaha Oh Geht nicht mal mehr ins Menü Escape Bei Cutscene ist es doch sowieso nie ins Menü gegangen Bei QuickTime Events Was jetzt? Er pullet dir trotzdem die Fresse Vielleicht nix Oh Jetzt bist du abgeschossen Hahahaha Hahahaha Die ganze Welt wird infekten Huch 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 Ah Alright Aber je, ich bin gerade krass. Jetzt musst du es so machen. A.D. Schon wieder? Noch so eine. Sorry. Sorry, Bro. Das war ja... Okay. Kannst du es auch noch so lang? Hättest du es nicht besser machen können? Ja, Mann. Mann, wollte ich jetzt nicht so, weiß man. Sorry. Aber zu viel Druck, der auf mich lastet. Äh. So schwierig ist die gar nicht so. Die anderen waren irgendwie schwierig. Man muss aber aufpassen. Ja, aber du hast scheinbar nicht aufmerksam. Hab wir ja auch nicht. Also nicht auf meinem... Ja, doch. Ah, ist egal. Ja. 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 Ja, ich bin der Film. Ähh. Ja. Ich bin der Film. Ich bin der Film. Ja. Ja. Ah, diesmal aufpassen, ne? F drücken. F. Warte, 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 warte. Wow. Serious time! Fällt er sich an dir fest? Äh, ich glaube schon. Wäre ich nicht schlau, wenn ich jetzt loslassen würde? Wäre ich schlau, wenn ich dir auf die Hand schießen würde, damit du loslässt? Habe ich noch geschafft, was zu drücken, was da stand? Oh, du Arsch! Oh, nee, nicht schon wieder. Lass mich da einfach rausfallen. Echt jetzt? Noch später in der Cutscene. Geht doch nicht. Oh, Reven. Oh, nee, bitte. Oh, nein. Du musst schon rücken, Reven, was da steht. Ja, hab ich auch, aber leider zu spät scheinbar. Abfluss D. Oh, Mann, ey. Ich hoffe, der Speicherplatz reicht noch. Ja. Noch mal ein paar Kacks noch nicht. Okay, freuen wir, was ich weiß. Aber irgendwie lasst mich. Nein. Tschüss, Sarah. Warte mal aus dem Spielzeug raus. Ja, Mann, da sind wir starten. Na, und? Ich hab die Welt gelettert. Escape? Cool. Ich wollte das schon überspringen. Ah, weil ich hab auch Escape gedrückt, dann geht das anscheinend. Guck mal, drücken wir mal zwischendurch eine Zeit mehr Escape. Vieler Leute, das kann man skippen. Ja, ja. Gucken wir mal, wieviel wir davon skippen können. Aber vergesst nicht, die Tasten zu drücken. Nein. Kann man direkt überspringen? Ja, so, da waren wir schon. Okay. So. Wunderbar. Hätten wir beim ersten Mal auch merken können. Jetzt drückt die Tasten. Wurkan? Ha. Oh. Fein. Aber wir schnitzen ab. Warum sollte das Flugzeug auch nicht einfach so fliegen werden? Ähm. Scheiße. Wir sind im Vulkan gelandet, Alter. Leider, warum? Krass. Ja, wir sind im Vulkan. Voll krasses Trümmerfeld. Speichern. Gisten! Ne, im Vulkan. Warum? Das habe ich noch. Ich habe ein Erste-Hilfe-Spray. Drei Blend-Kranaten, zehn Säure-Kranaten und... Ich habe Munition für dich. Danke, ja. Hättest du die nicht liegen lassen können, du kannst mir die nämlich doch geben. Gib mir den Gans auch. Danke. Okay, wir werden munitionen. Wollen wir mal gucken, was hier ist. Komm, jetzt noch ein Showdown oder wie? Schau mal. Sonst hätten wir uns ja keine Kisten gegeben. Oh, 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 oh. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn das... Oh, hi. War es dir doch ein bisschen zu warm hier im Vulkan? Ey, der sieht aus wie ein Arnold Schwarzenegger fällt mir gerade auf, ey. Vom Gesicht her. Ohne Scheiß. Nur blunder Hörer, ne? Schau dir das mal an, das ist voll der Terminator. Juke Nukem. Ja, auch ein bisschen, ne? Das ist so eine Mischung. Oh, boah. Er will noch mal so richtig... Oh, ja. Wow. Ey, der hat... Was? Ist das ein Trümmerthal? Ja. Brass. Aber das ist jetzt der letzte Showdown. Sieht ja noch aus. Sprengt in die Vulkan, ich dachte schon. Müssen wir ihn in die Lava werfen? Sonst irgendwas Interessantes tun. Oh, Lava, denke ich mal. Okay. Okay, los geht's. Das ist aber nicht T8Z oder so. Sieht nicht so gut aus. Achtung, pass auf. Der ist gerade in die Art Rage. Wir werden hier zurück. Ich glaube, wir gehen mal ein Stück zurück. Wer ist jetzt in der Wolk? Ja, wir wurden getrennt, sind wir am Ende nochmal getrennt. Ja, doch, na? Und er fand ich Spaß da unten. Ich wog mal ein bisschen abgefahren, ne? Wollange gehe ich rechts, links, wenn ich gehen? Wart mich nicht, warum? Da gab es einen Punkt zu sehen. Auf dem man schießen kann. Ist das das Herz? Du gehst bis falsch weggegangen, ne? Hui! Ich war zu nahe neben dran. Ja. Hui! So, warum willst du es auch nicht haben, glaube ich? Ja, wir sind jetzt nochmal hier in dem Menü. Da kann ich nochmal kurz Pause machen und gucken wegen Sprechchenplatz. Ich glaube, so lange geht es wirklich zur Neige. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Machen wir den Kampf jetzt nochmal. Wir sind wieder hier. Ja, ja. Ja, los, lauf nach hinten. Was würde passieren, wenn ich vorgehe? Das Gleiche. Sicher? Du warst vor mir. So, du meinst, ich soll nach links gehen? Gut. Ich sehe das von hier oben ganz gut, ja. Wenn du noch eine Wegentscheidung brauchst, ich sag's dir. Muss nur sagen. Ähm, hier ist eine leere Plattform. Da ist kein Weg an sich. Weißt du das? Beim anderen Seite auch. Da ist noch weniger Weg. Da wären... Ja, stimmt. Aber ich kann hier noch runterspringen, wenn ich will. Wo ist der Typ? Da ist das Herz. Jetzt habe ich ein bisschen später getroffen als letztes Mal. Ich gehe mal ein Stück weiter hier. Ich darf nicht so nah dran gehen, das ist das Problem. Da hinten liegt irgendwas Interessantes. So, der Streuschuss. Hm, ich schieße mal ein bisschen ab von hier. Was jetzt? Ja. Haben wir ihn getroffen. Oh. Das kann natürlich nicht so einfach sein, der letzte Basskampf. Wow. Der will nicht zu mir, oder? Der will nicht zu mir. Komm. Bestimmt. Wo ist er? Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Der ist bei mir! Wo genau ab von da unten? Wo ist er denn? Bei mir! Cool. Da bist du. Ach, da. Kann ich noch weiter abhauen? Ja, kann ich. Wow. Äh, fffffff! Ich muss dir helfen, oder? Wie komme ich da hin? Oh Gott. Erschieß ihn, sagt er mir. Bei mir stand, du hast gesagt, schieß ihn. Ich hätte ihn weiter drauf schießen müssen, oder? Du hättest mir, glaube ich, helfen müssen. Wie denn? Aber ich bin nicht endungslos rübergekommen. Ich musste ganz schnell F drücken, ganz oft. Und ich hab so schnell gedrückt, wie ich konnte. Weil du, weil Shepard gerade noch gerufen hat, erschießen ihn. Warum kannst du das verstehen, Chris? Okay, gut. Es ist voll bestimmt, dass ich runterfalle. Ups. Also, ich soll nach oben gehen. Okay. Auf da! Hast du das Herz? Ja. So dann. Das Herz ist auf dem Rücken, ne? Warum ist es diesmal auf dem Rücken? Es ist immer auf dem Rücken gewesen. Kommt vorhin was vorne auf der rechten Brust, oder? Egal, mit der Schrotflente, treiblichen Tröpsel. So, also ich meine jetzt, ich muss ihn gleich abschießen. Was meinst du? Mach das. Ich stehe jetzt diesmal ein bisschen anders als letztes Mal. Ich schieß ihn ab, ne? Mach ich doch mal. Okay, ich renne über die Brücke. Ja, ich renne über die Brücke. So, ich muss wieder. Hau mich. Ja, die Frage ist, wie komme ich da rüber? Weil, Shepard hat gerade gesagt, shoot him. Ich weiß, wo ich rüber muss. Ich darf ihn gar nicht so lange abschießen. Ich muss mir den Weg vorher freimachen. Ach, du musst den Weg freimachen? Ja, sonst dauert das zu lange. Ich muss dann den Felsen verschieben und so weiter. Okay. Jetzt wissen wir es. Jetzt machen wir es schnell. Also, sobald er bei mir weg ist, gehe ich da runter und schiebe den Felsen weg. Oder was? Ja. Mach das ruhig. Ja. so und jetzt muss ich sofort herunter kann es weg drücken das geht geht nicht so lange hinzuhalten möglich ja genau gibt den Felsen ein paar Haken ich kann die ganze zeit diesen dämlichen Felsen hast du es gesehen oder was ja eine Katzen gerade eben ja nicht nachladen nicht nachladen ich kann da jetzt nicht jeder garantiert jetzt rüber ich muss jetzt über die Brücke ich kann mich nicht so lange festhalten und ich kann nicht rüber man muss rüber kann ich nicht schießen ab schießen ab wie macht man die Hauptstadt runter ich möchte darauf ich konnte da nicht überspringen ihr musst du ihn abschießen soll man so dass man sagen soll man ja nein habe ich selbst eine die ganze Zeit runter so lange kapieren ja du sagst es mir ich soll dir helfen dann habe ich diesen Stein da weggeräumt und dann habe ich dir gesagt gerade eben nein also ich schießen jetzt das Problem ist ich habe nur eine Schrotflette und sieben Markenumschuss aber ich fand das lustig als ich den Felsen gepanscht habe ich kann sie auch erstmal runterhauen aber oder den brauche ich oder so um da weg zu kommen oh das geht schneller vor diesmal diese Mom wahrscheinlich musst du dich dann so lange festhalten wenn ich ihn zurückhalte bis ähm dann musst du dann da runter und ich musste dann den Felsen da weg machen den kannst du trotzdem jetzt schon mal weg machen ja mach den Felsen schon mal weg von helfen kann ich nicht gut zielen ich bleib hier mach den Felsen erstmal weg nein ich kann da nicht gut zielen wie soll ich ihn von da aus hier hoch zielen ja da muss ich runter springen so ich will nicht über die Brücke gehen ja geht einfach nein sollte hättest es früher gemacht wäre er vielleicht weiter hinten gewesen ich muss ihn treffen Reven mach keinen Scheiß Reven du triffst ihn jetzt oder? ja ja mach ich ich hab nur noch zwei Markenumschuss ein Markenumschuss Schrotflitte Entfernung scheiß Entfernung scheiß Entfernung scheiß Entfernung scheiß Entfernung scheiß Entfernung scheiß Entfernung ad ausweichen bis jetzt endlich irgendwas ich will nicht mehr drücken Alter was muss man denn da machen? hm scheiße ich geh jetzt nachgucken was ich da machen muss ein Dreck ist das und kurz Stopp so da sind wir wieder wir haben kurz nachgeguckt und unser Weg war eigentlich richtig nur Botschaft ständig verkackt ja 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 ich drücke wie ich hab so schnell wie Sau gedrückt da steht Scherber zieht sich allein hoch naja sehen wir mal so wann erscheint das jetzt und beim raufschießen ne? naja sehr schnell ein Schuss ok ich renne da jetzt direkt zur Brücke ne? ja noch ich werde dann weiter auf ihn schießen ich werde meine F-Taste mal richtig durch nehmen oh Gott tut mir leid F-Taste es hätte nicht sein sollen so so pass aber auch auf dass nichts anderes drücken muss ok zieh dich da hoch hey was soll das? ich drücke so schnell ich drücke so schnell wie ich kann ich mach die Aufnahme nochmal kurz aus so nachdem wir jetzt ein Video gesehen haben probieren wir es nochmal naja einfach durchlaufen also ich renne einfach durch ja ich renne jetzt auch erstmal durch ich muss den Felsen weg machen also ich renne durch du rennst bist du da am Felsenhexen dann vergewaltigst du deine F-Taste ich bin zwar skeptisch aber gut scheiß Brücke warum fällt die überhaupt rein du händest schiefst du hier 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 ah stirbt er dem hier der Felsen weg jetzt kümmern wir mich um Veesca und du äh hängst da einfach ein bisschen ab Das Problem ist jetzt, ja. Ja. Nein. Ich habe nicht genug Scheiden gemacht. Ich muss den normaler hochspringen lassen, bevor er direkt bei mir ist. Revan, mein Finger. Wie lange hängst du da schon? Ewigkeiten. Mindestens. Warum soll ich mich da überhaupt schon ranhängen? Weil, das ist da scheinbar relativ lange. Ich weiß nicht, warum. Aber die haben die das in dem Video gemacht. Die dumm sind. Warum soll ich da so lange hängen? Nein, das macht Spaß. Aber dann springt der so schnell zu dir, ne? Das weißt du. Komm, ich mach dir nur mit Maschinengewehr hier. Ein bisschen am Anfang. Naja, mach ein bisschen Schaden damit. Ja gut. Jetzt gehe ich da hin. Ich mach den Felsen weg. Jetzt hänge ich mich da ran. Äh, aber jetzt erst? Ja. So, wir wollen mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich weiß nicht, woran der Sinne ist, dass ich da länger hänge. Weiß ich auch nicht. Ich stirb doch einfach. Ach komm. Oh. Das ist ein Scheiß, ey. Scheiß Spiel. Ich hab mir schon keinen Bock mehr. Wie funktioniert der Fuckkampf? Was hast du so'n blöde Tacky rausgesucht? Klappt doch gar nicht. Ja, na was am Ende. Ich soll die ganze Zeit einfach oben hängen. Ja, dann machen wir es halt so wie sie gerade eben. Aber es war auch nicht gut. Ja, siehst du? Hat ja nicht geklappt. Ja, wie sollen wir es denn dann machen? Weiß ich nicht, das wolltest du ja gar raus suchen, oder? Ja, habe ich ja eigentlich. Und die haben den Kampf auch so geschafft. So. Komm, ich gebe den jetzt ein. Okay, ich gebe den keinen Schuss diesmal. Aber jetzt haben wir schon mal bis zum Herz gemacht. Jetzt schieb den Stein runter. Wegen mir. Dann hänge ich mich daran. Weil dann fängt es so an, den Schaden zu machen. Finde ich. Keine Ahnung, was alles bringt. Ja. Ah, ist weg. Ah. Der kam, ist einfach nur dumm ausgedacht. Aber das kann nicht dazu jetzt anders sein. Ja, wunderbar. Ich kann dem Ganzen hier wieder nicht genug schaden. Weil ich werde gleich wieder weggeschlagen. Weil der ist schon ganz schnell bei mir. Ich kann auch nicht an ihm vorbei. Und ich bin tot. Ich gucke ein anderes Video raus. Wie ein dummes Video. Ansonsten brech ich das jetzt ab. Ich hab auch. Nein. Ja, wenn es beim nächsten Mal nicht klappt, höre ich jetzt auf. Keinen Bock mehr. Ich bin tot. Ja. Ja. Vielen Dank.